Die Karlsson-Kinder – Spukgestalten und Spione von Katharina Massetti Gelesen von Melanie Pukas Eine Produktion von Der Audio Verlag Große und kleine Cousinen und Cousins Es sind doch nur ein paar ganz kurze Wochen, sagte Ulla Karlsson beschwichtigend zu ihrer Tochter Julia. Oder vielleicht ein ganz kurzer Monat oder zwei. Zwei ganz kurze Monate? Julia war so aufgebracht, dass ihre Stimme sich überschlug. Mama, wir können nicht zwei Monate bei Tante Frieda wohnen. Wir kennen sie ja kaum. Und die paar Mal, die wir sie getroffen haben, war sie echt krass. Wir kriegten nichts zu essen und sie hat die ganze Zeit in diesem Turm gehockt und Schnüre um irgendwelche Blechteile gewickelt. Die ist doch nicht ganz bei Trost. Und bei so jemandem willst du uns die ganzen Sommerferien parken, nur weil ihr unbedingt nach Indien fahren wollt. Julia Karlsson war zwölf Jahre alt und schon fast so groß wie eine Erwachsene. Es gefiel ihr, wenn die Leute sie auf 15 schätzten und sie ließ sich sonst eher nicht anmerken, dass sie sich über etwas aufregte. Normalerweise warf sie nur leicht den Kopf zurück und sah ihren Gesprächspartner mit betonter Herablassung an. In der Schule funktionierte das gut, denn sie war größer als die meisten Jungs in ihrer Klasse. Bei Mama funktionierte es nicht. Auch jetzt erwiderte sie gelassen Julias Blick. Denkst du, wir machen dort Badeferien? Papa und ich machen eine Forschungsreise und müssen zu einer wichtigen Konferenz. Und Frieda ist nicht krass. Sie ist Künstlerin. Die Leute bezahlen Unsummen für ihre Skulpturen. Mag sein, aber leider gibt sie das Geld nicht für Essen aus, sagte Julia. Weißt du noch, wie wir letztes Mal bei ihr auf der Insel waren? Da hatte sie überhaupt nichts Essbares zu Hause, weil sie angeblich vergessen hatte einzukaufen. Nichts zu essen? Wer hat vergessen einzukaufen? Julias jüngere Schwester Daniela kam mit Brotkrümeln in den Mundwinkeln und einem Kakaoschnurrbart aus der Küche. Sie war neun Jahre alt und wurde Hummel genannt, weil sie so klein und dick war und ununterbrochen surrte. Wenn sie gerade nicht kaute, redete sie und Spuren von Essbarem an ihr oder ihren Kleidern waren ganz normal. Wir reden gerade darüber, was das für ein schwerer Sommer... ... ... ...